Hallo, willkommen zu einem neuen Video, meine Zuschauer. Ähm, ja, ich habe heute Morgen ja, wenn das Video hochgeladen, oder noch gestern Abend, das mit dem Thema Artikel 13, ja, wir haben das jetzt ungefähr 14 Uhr, wenn dieses Video vielleicht rauskommt, 14 Uhr Montags, ja. Ähm, ja, ich denke mal, wir werden uns einfach gleich nach dem Intro. Hallo Leute, da sind wir nach dem Intro auf meinem YouTube-Kanal. Wir haben jetzt mal eine Runde Schauplettel von Amstert. Und, ja, ballern den Weg da rum, denke ich mal so acht oder zehn Minuten, oder fünfzehn Minuten lang. Komm, komm! Nein. Warte mal, ich höre hier mal, wie ich lauter hab. Dann hört ihr auch was vom Geben. Hat ich noch irgendwo eingestellt von einem anderen Video. Äh, ja. Ja. Komm. Komm. So, ich habe hier. Hey, wir haben uns das. Ich habe hier. Ich habe hier. Ja, ich habe hier. Oh Gott. Oh Gott. Ah, ich werde nicht mehr auf den Weg gehen. Oh Gott. Und da ist einer rein, Luft. Der Feind hat die Frachtkiste. Ich flausche nur schon, toll. Die Imperiale Truppen in dem Bunkerdorf. Danke. Na, wir haben hier noch einen. Und was sagt ihr heute? Ich würde in den Kommentaren schreiben, dass ihr so gerade heutzutage gezockt. Wir haben die Fracht zurückgebracht. Feindliche Einheiten im Bunker auf 12 Uhr. Ist der Leidenküde? Die sind alle Leidenküde. Oder er nur? Die Fracht ist in der Hand der Sturmtruppe. Ich auch. Ahem. Die Imperiale Fracht ist verloren. Ach nee. Ach nee. Let me see. Die Imperiale campen wir jetzt mal ein wenig. Schon was passiert. Hier. Ich suche mal ob was passiert. Ich habe hier mal nichts. Ja, hi. Da passiert überhaupt nichts. Warum wollen wir jetzt die Campen? Ähm. Die Fracht ist dem Imperium in die Hände gefallen. Wir sehen. Ja. Dann kommen Sie in den Händen bei dir. Oh. Wieso? Wenn Ihnen noch eine Frachtkiste in die Hände fällt, sind wir erledigt. Oh. okay da ist es aber woherin zu gehen dann ist das spiel Hinter uns auch, meine Freundin. Mies. Oh, real mies. Das ist vielleicht noch nix. Okay, eins habe ich noch. Ich habe noch einen Affen. Wow. Verlifte. Wie cool. Ja, ich denke mal, ich will euch dann mal für heute Nachmittags nicht so weiter hin stören. Wir sehen uns im nächsten Video. Und es tut mir wirklich leid, dass letzte Woche nicht so viele Videos gekommen sind. Dafür entschuldige ich mich. Hatte viel zu tun gehabt, viel zu arbeiten. Ja. Ich denke mal, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich bin meineben, wenn ich ihn zu üftigen komme, потому, dass der Funke im instructors F chief ist ein Fieber, Quilstream zu laufen, würde ich sagen. Ich weiß keine DNA, so kann sie her sein. Vielen Dank.